Die kannibalischen Sklavinnen von Fate-Router Harkonnen lassen einen in Dune Part 2 schon erschaudern. Er nennt sie seine Harpien. Was steckt hinter diesen monströsen Wesen und sind die Harkonnen in Villeneuves Verfilmung damit tatsächlich alle Kannibalen? Diese Frage klären wir heute und verfolgen auch weitere Geheimnisse des Dune-Kosmos. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das nur mit einem sofortigen Abo tun. Dankeschön. Dune Part 2 gewährt tiefergehende Einblicke in die Kultur des Hauses Harkonnen, einschließlich verstörender Fälle von Kanimalismus, welche eine verstörende Praxis ist, die im Harem des Harkonnen-Erben Fate-Router weit verbreitet scheint. Denis Villeneuves Fortsetzung, seiner filmischen Adaption von Frank Herberts epischer Romanreihe, setzt weniger als ein Jahr nach den Ereignissen von Dune Part 1 an und erweitert die Handlung und das Lebensumfeld des Hauses Harkonnen stark. Während im ersten Teil die Absichten der Harkonnen für den Planeten Arrakis beleuchtet wurden, vertieft Dune Part 2 nun die Geschichte des Hauses Harkonnen und beleuchtet Aspekte wie die zentralen Figuren ihrer Dynastie und das Ausmaß ihrer Grausamkeit. Insbesondere Villeneuves Darstellung des Harkonnen-Erben Fate-Router in Dune Part 2 betont, dass die Harkonnen nicht nur die politischen Unterdrücker sind, sondern wahre Monster, die von Verachtung für moralische und menschliche Werte geleitet werden. In der Fortsetzung tötet Fate-Router rücksichtslos und frönt grausam Vergnügen wie dem Kampf gegen Sklaven bis zum Tod und dem Unterhalten eines Harems von kannibalischen Frauen. Die Ansprüche von Fate-Router auf einen solchen Harem bilden ein beunruhigendes, aber aufschlussreiches Detail seines Lebensstils, das Villeneuve geschickt nutzt, um die Harkonnen als die schlimmsten und furchterregendsten Gegenspieler darzustellen. Dune Part 2 nimmt sich die kreative Freiheit, indem es Fate-Router einem Harem von Kannibalen statt des traditionellen Lustflügels der Harkonnen, wie es im Roman von Frank Herbert steht, zur Seite stellt. Diese Neuinterpretation fügt eine noch düstere Note hinzu, indem Fate-Router seine Frauen, oder hier Harpien genannt, eher wie Haustiere als Konkubinen behandelt. Im Film nennt er sie seine Lieblinge und lässt Menschen töten, um diese an seine Harpien zu verfüttern. Eine perverse Handlung, die er aber zu genießen scheint. In Dune Part 2 werden verschiedene Änderungen im Vergleich zum Buch vorgenommen, um die Essenz von Herberts Werk stärker hervorzuheben. Fate-Router, der seine Opfer an seine menschlichen Haustiere verfüttert, ist ein kraftvoller und effektiver Weg im Film, die Grausamkeit der Harkonnen-Dynastie darzustellen, wie sie im Roman beschrieben wird, ohne strikt dem Buch zu folgen. Die Einführung von Fate-Routers Harem lässt die Zuschauer über die mögliche Ausdehnung der Barbarei der Harkonnen nachdenken und verdeutlicht die Abscheulichkeiten, die sie bereits begangen haben könnten. Dies ist ein starkes filmisches Mittel, um in wenig Zeit aufzuzeigen, wie grausam dieses Haus ist und es zu einem unvorstellbar bösen Gegenspieler für die scheinbare Gegenseite der Atreides zu machen. Obwohl die Beteiligung des Hauses Harkonnen in Gänze am Kannibalismus nicht zu belegen ist, ist es offensichtlich, dass diese Gräueltaten von den Harpien begannen werden, in einem Akt, den Fate-Router, der Erbe des Hauses Harkonnen, gutheißt. Wie im ersten Teil des Filmes, in dem der Baron Harkonnen schon ein gruseliges, humanoides Haustier besitzt, zeigt dies eine groteske Vorliebe für menschliche Verdrehungen. Das Entstellen und Entwürdigen von Menschen macht die Harkonnen zu einem sehr grausamen Haus. Dieses spinnenartige Wesen, was schon Baron Wladimir zur Seite gestellt war, haben wir euch hier in einem Video schon erklärt. Klickt da gerne mal rein. Was sagt das nun aber über Fate-Routers Harpien aus? Harpien werden in der homerischen Gedichtswelt allgemein als Vögel mit Frauenköpfen beschrieben, mit langen Krallen und vor Hunger bleichen Gesichtern. Sie ernähren sich von Lebewesen, also wählt Fate-Router den Namen seiner Frauen mit Bedacht. Menschliche Frauen, welche zum Kannibalismus gedrängt werden, ganz wie es das Wesen einer Harpier wäre. Dies unterstreicht vielmehr die Grausamkeit von Fate-Router. Unvorstellbar, wenn das Zuchtprogramm der Bene Gesserit aufgegangen wäre und er den Weg des Quisats Hadarach bereitet hätte. Welch Bestie wäre dem entsprungen? Fates ursprüngliche Rolle im Zuchtprogramm sah vor, dass er eine Tochter des Hauses Atreides heiraten sollte, um die Fäde der beiden Häuser zu beenden und den Prophezeiten Quisats Hadarach hervorzubringen. Jedoch gebar die Atreides-Konkubine Lady Jessica stattdessen einen Sohn, Paul Atreides, was die Verbindung der beiden Häuser nicht nur unmöglich machte, sondern auch eine unüberwindbare Spannung zwischen Fate und Paul hervorrief, da beide die Erben ihrer erbittert verfeindeten Adelshäuser waren. Um die Harkonnen-Blutlinie zu bewahren und die Jahrtausende der Genmanipulation fortzusetzen, wurde eine Gesandte der Bene Gesserit, Margot Fangring, entsandt, um Fate zu verführen und ein Kind mit ihm zu zeugen. Sie hypnotisierte Fate und konnte so heimlich sein Saatgut sichern und es in das Portfolio der Bene Gesserit einreihen. Ein Erbgut, was zweifelhaften Charakter hat, aber in einem jahrtausendlangen Plan geht es nicht um moralische Wege, sondern um Ergebnisse. Und die Harkonnen unterstreichen durch ihr Streben nach dem Grotesken, wie furchterregend sie als Antagonisten in der Welt von Dune sein können, sie strahlen aber auch Macht aus. Sie demonstrieren ihre Macht, aber ihre anderen Eigenschaften machen sie zu furchterregenden, kreativen Gegenspielern einzigartig unter den Schurken der Science-Fiction-Welt. Das alleinige Platzieren der Kannibalen-Harpien und des menschlichen Spinnentiers im ersten Teil verdeutlichen, dass die Harkonnen keine Skrupel kennen und stellen die genaue moralische Gegenseite von Lito Atridis dem Ersten dar. Obwohl die Harkonnen sich in Dune Part 2 nicht dem Kanimalismus gänzlich verfallen, ist ihr Lebensstil immer noch grausam genug, was sie als wilde Monster etabliert, die das Publikum nur hoffen lassen können, am Ende doch besiegt zu werden. In Dune gibt es aber kein Schwarz und Weiß, was uns spätestens der grausame Gottkaiser Lito Atridis II. zeigt. Ein Tyrann, der die Galaxie über tausende von Jahren in seinem Griff hält. Aus Frank Herberts Werken ist nicht übermittelt, ob Lito Atridis auch den Hang zu diesen Gräueltaten entwickelt hat und sich ähnliche Tiere wie die Harpien von Faith Rauter hält. Zu bezweifeln ist dies allemal, denn in ihm fließt auch das Blut der Atridis und der goldene Pfad, der sich vor ihm aufbreitet, ist sein stetes Ziel. Das heißt, seine Grausamkeit wendet er nur an, um die Galaxie vor ihm erschaudern zu lassen und so die menschliche Stagnation aufzuhalten und damit der kompletten Auslöschung der Menschen zu entgehen. Dies lassen sich über die Harkonnen-Harpien mit Sicherheit nichts sagen, weil dies nur eine sadistische Auslebungsart von Monstern ist. Wichtig zu erwähnen sei hierbei, dass auch in ihm Harkonnenblut fließt, denn der Baron Wladimir war schließlich der Vater seiner Großmutter. Interessieren euch solche Analysen, dann lasst es uns mit einem Abo wissen. Bleibt bei Sinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald!